Servus und Willkommen bei Jacksplay bei einer neuen Folge von New Super Mario Bros. für die Wii U. Wenn euch diese Videos hier gefallen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Kommentare sind auch immer gerne gesehen, ebenso auch Verbesserungsvorschläge. Zu diesem Video hier, hier ist jetzt leider die Videoaufnahmen direkt davon im Spiel. Nicht aufgenommen worden vom Mikrofon, deswegen bin ich jetzt gerade hier am Nachsprechen. Deswegen verzeiht, wenn es etwas komisch ist. So, versuchen wir mal ein Eis gezapft, die alle Münzen zu kriegen. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu doof an. Aber jetzt holen wir erstmal die Münzen da oben noch, genau. Jetzt haben wir unsere Eisblume, wunderbar. Und da wäre auch die erste Stellmünze. Aber die haben wir ja schon gehabt. Ach, die haben jetzt leider die erste Münze verfehlt, leider. Wenn nicht schön gewesen wäre, hätte es so schon geklappt. Haben wir hier leider versagt, mal wieder. Kommt ja öfter. Kommt ja öfter vor. So, dann wollen wir mal die zweite holen. Und die stellen mich wieder katastrophal an. Ja, zumindest haben wir die Hälfte geschafft. Immerhin schon mal etwas. Wir holen uns jetzt doch den Power... Power Eichel irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Damit klappt es jetzt aber. Ganz sicher. Hoffe ich doch. Das haben wir schon mal hingekriegt. Ja, verfehlt. Jetzt muss ich die dummen Eiszapfen erwischen. Oha, knapp. Mann, Mann, Mann. Ja, ich stelle mich da wieder an. Na also, geht doch. So. Und da haben wir sie, die zweite Katze. Jetzt müssen wir bloß noch mal in aller Ruhe das Level schaffen. Uiuiui. Uiuiui. Ja, ganz toll. Ganz große Klasse. Dann versuchen wir halt, es auf einem normalen Weg zu machen. Und wir haben es verhunzt. Yeah, super toll. Da haben wir ja Glück, da können wir uns jetzt noch mal einholen. Ist ja bloß ein normaler Eichelpilz, aber was solls besser als nichts. Und los gehts. Aber jetzt vorsichtig und ganz langsam, ja. Nicht, dass wir es wieder verhauen. Das wäre jetzt katastrophal. Genau, so ganz brav. So ist brav. Und erwischt. Super. Jetzt komm, jetzt trifft es noch. Ja, wunderbar. Da haben wir sie jetzt noch mal die Münze. Gott sei Dank. Jetzt aber ganz vorsichtig hier, ja. Das wollen wir jetzt schaffen in aller Ruhe. Genau. Ganz langsam und vorsichtig. Genau, so ist brav. Und jetzt nicht übermütig werden. Ganz langsam. Genau. Die letzte Münze kommt uns jetzt auch noch. Na also. Na also. Jetzt postet er hoch und die Münze. Na also sind schon mal oben. Und die haben sie. Gott sei Dank. Und ein Leben haben wir auch gewollt. Wunderbar. So. Irgendwo suchen wir jetzt das P-Schalter-Paradies. Ich mag die Geister nicht. Ich finde die so nervig. Ja mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe es doch. It's a go time. It's a go time. It's a go time. So schaut es aus. Und auch wo ich, wenn ich weiß, dass da die erste Münze ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Es ist ein bisschen. Ja, genau. Er wird ein Geister. Super gemacht. Mein Gott. So. Jetzt ist es die Feuerblume haben wir jetzt wieder. Jetzt hätte man sie fast nur wieder verloren. Nein, stellen wir sie da an wie der erste Mensch. Ach, ganz große Klasse. Toll. Ja, komm, pass aus. Geh mal raus. Keine Ahnung, wie in die Menschen hinkommen. Ach, das war auch der Meisterleistung. Filz haben wir auch wieder. Aber so wie ich gerade spiele, ist das eh egal. Bleib weg, der dummer Geist. Immer da rein, genau. Geh mal ein bisschen München sammeln. Und noch ein Leben, die wird sehr schöner. Und alle, hopp. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Und diesmal haben wir es nicht verhunzt. Lass Hülle gegen die Wand hüpfen. Und rein in die Tür. Und wieder eine Feuerblume. Ist doch schön. Ah, das war ein Fehlschlag. Ich kann mir jetzt nicht mehr merken, welche Türen gehen und welche nicht. So, da sind wir jetzt. Ach, das war nicht so klug. Und versaut. Ganz toll. Ja, so muss es sein. Ach, komm. Ja, super. Ganz groß gemacht. Wie die Großen. Ja, da war irgendwo die Tür. Genau, da ist sie ja. So, wie geht es jetzt nicht lang? Ja, ganz toll. Was hat sich jetzt voll gelohnt, das zu machen. Ja, die lachen mich zurecht aus der Geiste, ganz ehrlich. Wie dumm kann man sich anstellen. Ich beweise es. Mal gucken, wo wir hinkommen mit der Türen. Mal im Pfeil. Schon mal gut. Oder auch nicht. Toll. Guck mal, den gleichen Platz. Super. Da war auch nichts. Da komme ich auch nicht rein. Na toll. Ist da vielleicht doch irgendwo... ...irgendwas. Schaut nicht so aus. Na toll. Ich rück mich auch nicht mehr. In Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Haha. Da war doch irgendwann mal für den Schalter. War doch 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 doch. Oh, sie den Geist erwischen. Und wieder erleben. So komme ich dann nicht mehr. Ich rück mich rein. Für was zeigen jetzt diese schönen Schilder. Ich rück mich. Keine Ahnung. Vielleicht trage ich zu langsam. Das kann ja auch sein. Aber der Schalter ist weg. Da geht auch nichts. Da geht auch nichts. Ach Gott. Da geht auch nichts. Ach komm. Muss doch irgendwas. Geh mal die Münzen einsammeln. Hat das jetzt was gebracht? Nö. Da komm ich nicht rein, das kipps sogar nicht. Muss doch irgendwas sein. Ist der Scheiter wieder da? Ne, der ist weg. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ah, so war das, genau. Na toll, ich bin wieder klein. Und wo es noch 100 Sekunden ist. Ah, was schönes Zimmer jetzt in der Tür drin. Und aufwärts, komm, hopp, 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 hopp. Ich hab keine Zeit für sowas. Jetzt sind wir zumindest schon mal draußen. Immerhin etwas. Ihr habt zwar keine Münze geholt, aber was soll's? Dafür haben wir ein Leben und fast auch ein zweites Geholz. Nein, besser ist nichts. Oh yeah, Mario-Time! Hab ich mein Spielbenzin für heute schon wieder verbraucht? Na super. Will das heute nicht mehr, ja. Dann testen wir das vielleicht doch noch woanders aus. Genau. Probieren wir's aus und wenn die Steinblockfestung. Dann haben wir da mehr Glück. Aber warum ist da unten eigentlich? Da muss doch irgendein Weg sein. Ja. Ganz toll. Da musste irgendwas versteckt sein da unten. Das war doch irgendeinen Grund, warum er den winzigen Gang da ist. Das will ich jetzt schon wissen, oder? Das will ich jetzt schon wissen, oder? Na, da also, Schüsste. Zwar hat sich das große Geheimnis wie gehofft, aber immerhin besser als nichts. Geh mal hier. Münzen wieder suchen. Ich hab' hier alles vergessen. Auch kein Pilz drin, Schade. Aber da unten ist sicherlich einer drin, ja. Oh, nee, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab' heute echt kein Glück mehr. Oh, nee. Machen wir halt doch noch was anderes. Vielleicht können wir da noch irgendwie was rausreißen. Ich glaub' aber nicht so viel Glück, wie ich heute schon wieder hab'. Ja, die erste haben wir schon mal. Und schon wieder verloren. Das zweite. Das dritte. Klasse, ey. Und, ja. Und... Ah, toll. Jetzt hüpfe ich auch wieder ein davon. Ja. Ja, super. alles versaut toll das will heute nicht mehr klappen ganz toll ich hoffe ich trotzdem gefallen ja es klappt heute aber nicht mehr gern ich wünsche trotzdem noch einen schönen tag bis zum nächsten mal servus